hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video ja lange lange hat es gedauert aber nun endlich haben wir auch die lang ersehnten vierer packs ja heute machen wir mal ein findet dory vierer pack auf wo vier eier drin sind und wo zwei garantiert von der serie enthalten sind so und wen haben wir da alles wir haben einmal die krabbe einmal haben wir nemo einmal haben wir hank einmal haben wir destiny einmal haben wir dory dann haben wir baby dann haben wir einmal den otter und einmal marlin so das sind jetzt hier alle figur dieser serie sind also es handelt sich hier um 12345678 stück wie die meisten serien von ferrero sprich kinder überraschung das ist immer so ja zwischen acht und zehn figuren beläuft sich immer eine serie ganz selten mal dass zehn oder sogar zwölf figuren drin sind so und jetzt machen wir natürlich das erste paket hier auf wir nehmen die vier stück raus legen den karton natürlich beiseite und jetzt machen wir das erste ei mal auf so die eierschale lege ich weg weil wie ihr wisst sammle ich die umreichlich warm reichlich weich hier drunter und wir machen das erste auf und es ist tere tere die erste figur ja und es handelt sich natürlich um die krabbe so wir machen das jetzt hier mal schnell 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 ja so schnell geht das nicht moment so so sieht die krabbe aus kann man denn hier so ups das seht ihr ja gar nicht sorry dann bewegen sich die fühlerchen hier vorne gut wie ihr wisst habe ich ja schon einmal den nemo zweimal oder ja zweimal dori und den hai habe ich ja nun auch schon dreimal so das war jetzt dieses ei und jetzt machen wir natürlich ein nummer zwei auf auch hier nehmen wir die verpackung extra reichlich weich so es klappert es klappert und wir haben hier ja wir haben hier aus der serie nattoons ja wieder so eine dinosaurier serie wir haben diesen kamerad dazu so zack zack ja man kann das maul ein wenig aufmachen indem man hier hinten drauf drückt so sieht der kurze aus zack ja eine zweite ja wie ich finde gar nicht mal so schlechte figur und wir machen ein nummer drei auf auch hier packen wir das ding wieder beiseite und es klappert und wir haben hier wieder ein motorrad und so sieht das gut aus zusammengebaut von der serie sprinti auch hier baue ich mal ganz schnell und kurz zusammen so und so sieht das motorrad aus hat so einen kleinen rückfahrmotor oder rückziehmotor oder schwungrad wie auch immer so und jetzt machen wir natürlich hier das vierte und letzte Ei auf hier muss ja wieder eine figur drin sein und jetzt bin ich mal gespannt was denn hier drin ist da bin ich jetzt wirklich mal gespannt es klappert leicht und es ist es ist es ist ups ja es ist malin 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 ihr könnt euch das hier kurz anhalten das video könnt euch das durchlesen und so sieht der clownsfisch aus ich finde das sind sehr schön gelungene figuren die gefallen mir wirklich sehr sehr gut die gefallen mir sehr gut diese figur gut ja das war es nun mit dem vierer paket ich hoffe es hat euch mal wieder gefallen wenn ja könnt ihr gerne einen daumen nach oben da lassen ihr könnt das video auch gerne teilen auf google plus auf facebook auf instagram wo immer ihr möchtet habe ich absolut nichts dagegen und ja ansonsten sage ich danke fürs zuschauen und tschüss bis zum nächsten mal ja 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 ja